jo leute was geht ab hallo herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen folge ja minecraft und wir befinden uns wieder auf dem mine kingdom server und heute wird eine ja kleine also wir fangen mit dem cookie clicker an werden dann wahrscheinlich zombies spielen eine runde ich stehe immer noch auf platz 1 da aber ich werde gechallenged von dem guten mann hier und ja deswegen packen wir jetzt einfach hier erstmal eine schöne timelapse nur ich sagen ich hoffe es gefällt euch und wir sehen uns dann in der zombie runde wieder bis gleich oh 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 so naja also kurzes update ich wollte ja eigentlich noch eine dings folge hinten dran machen also eine zombie folge allerdings ist der zombie modus aktuell ein bisschen verbuggt die besitzer oder ja die leute sitzen schon dran und wollen den ein bisschen also wollen das wieder richtig machen dass es läuft und zwar gab es bei dem modus halt keine villager wo ich mir hätte neues schwert oder essen ja holen zu können also mit den zombies das fällt jetzt aus wir geben jetzt einfach die cookies aus die 1,5 werden und gucken mal wie viele punkte wieder dazu kriegen mal gucken ob wir die 50.000 knacken ich glaube es fast nicht aber let's try it was kaufen wir wir kaufen einfach mal das hier wir würden hier für 500.000 zwei punkte kriegen also für 12 wären das dann 3 millionen also kaufen wir das hier oder wir kaufen das was kaufen wir kaufen das würde ich sagen kaufen wir jetzt ein ja dann würde ich noch ein bisschen sagen und zwar werden in zukunft mehr sachen kommen also wie wäre ich wäre auf alle fälle auf dem zombie modus gern spielen dann werde ich auch ein paar challenges machen und ich kann ihn euch dann ja kleiner mal zeigen großer dank geht auf alle fälle raus an die owner also an einmal den weichbrot und einmal an den kaninchen von dem kaninchen ist auch der twitch und in der videoschreibung verlinkt schaut auf alle fälle gern mal rein lasst ein abo da sind auf alle fälle nice streams und sehr unterhaltsam ja der kaninchen ist der der sozusagen die ganze server hier finanziert hat und aufgebaut hat und dem weichbrot die chance gegeben hat den server so aufzubauen wie hier ist also lasst da geht auf alle fälle hin lasst leichter richtig größe aus und wir haben die 50.000 geknackt halber weg ist durch wir haben 300.000 mal geknickt geknickt geklickt ja mal gucken wie lange das noch dauert bis wir die 100.000 cookies pro klick schaffen und dann werden wir sehen was wir uns als nächstes challenge vorlegen ich kann euch jetzt mal kurz den zombie modus zeigen genau dann erkläre ich euch was das ganze problem daran ist so der zombie modus ist gestartet wir können dann hier ein kit auswählen ich nehme jetzt erstmal leichter tank weil da hat man eine eisen rüstung und kann sich dann ein schwerter kaufen das mit kaufen ist halt so eine sache normalerweise spawnen hier dorfbewohner und diese dorfbewohner müssen wir halt beschützen also zombie modus kennt man vielleicht aus zum beispiel ja call of duty oder so oder anderen spielen man muss halt gegen wellen von zombies bestehen indem man die tötet hier muss man dann noch die dorfbewohner beschützen weil bei den dorfbewohnern kann man sich dann halt bessere sachen kaufen also ich zum beispiel statt jetzt manchmal statt mit dem holzschwert und wenn man dann halt die zombies tötet bekommt man punkte die heißen hier orbs und mit den orbs kann man dann sich bessere stuff besseren stuff holen halt netherride rüstung irgendwie dann für 1200 orbs oder so naja ich hoffe beim nächsten mal wird das anders da ist es dann wieder gefixt ist wir haben jetzt 50.000 wir werden langsam gechallenged 23.000 ist der jetzt schon aber ich werde auf alle fälle vorarbeiten das war es mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen und kommt gerne auf den server hier ip ist in der video beschreibung und dann können wir ja zum beispiel vielleicht zombies zusammen machen je nachdem und da würde ich sagen haut rein wir sehen uns beim nächsten mal wieder lasst like und haben oder wenn es euch gefallen hat und rein bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal